Am heutigen Sonntag steht die Entscheidung um den DTM-Titel 2018 bevor. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Rennen am Hockenheim live im TV und im Livestream verfolgen könnt. Mit Gary Puffett, Paul Diresta und Titelverteidiger René Rast haben noch drei Fahrer die Chance, den Titel zu holen. DTM-Finale, wo und wann findet das letzte Rennen statt? Nach dem gestrigen Rennen am Hockenheimring findet auch der Abschluss der Saison auf dieser Strecke statt. 9 Uhr, freies Training 11.10 Uhr, Qualifying 13.30 Uhr, Rennen DTM-Finale heute live im TV, Livestream und Livestream. Das DTM-Finale am heutigen Sonntag gibt es live im FreeTV zu sehen. Sack 1 überträgt ab 13 Uhr vom Rennen und sendet bis 15 Uhr. Im Livestream zeigt der Sender außerdem das Training und das Qualifying mit Kommentator Edgar Mieke und Experte Timo Schneider. Zudem gibt es zwei weitere Möglichkeiten, das DTM-Finale heute live zu sehen. Sowohl Motorsport Total als auch die DTM bieten Livestreams an. Besonderes Gemick bei letzterem Angebot, die DTM stellt zudem Livestreams aus den Onboard-Perspektiven der Titelanworter Der Titelverteidiger gewann als erster DTM-Pilot überhaupt fünf Rennen hintereinander. Punkt. Fahrerpunkte Gary Puffett 239, Paul Deiresta 233, René Rass 224, Marco Wittmann 143, Timo Glock 143, Eduardo Mortara 140, Lucas Auer 121, Pascal Wehrlein 108, Philipp Eng 98, Mike Rockenfeller 87, Werbung Werbung. Musik